Musik Hallo Leute, wir befinden uns heute hier auf dem höchsten Dach von Brixen. Und nie mehr alleine gehen, die Fahne in den Winkel dritt, ich trag mein Leben in der Haut. Ja, wir haben auch ein paar Sachen zu sagen. Notiert euch den 1. Mai, da erscheint unser brandneuer Single für immer meint. Und am 30. Mai erscheint unser Album. Hohlzeug. Ja, Hohlzeug heute. Musik Musik